Wolf ja er auch noch die nur viele Wölfe also was auf die Gäste auf einmal kämpft aber die letzten Schlag nicht machen ich unterstütze ja ich habe nicht tötet ja ich muss mal meine eine Mission erfüllen gehen bei dem ja miss miss oh da hat mich so ein Wolf angegriffen so ein blöder ich laufe einfach mal weiter die Wölfe hauen ja nach einer Zeit wenn du den wegläufst hauen die ja nach einer Zeit wieder ab oh scheiße Level 10 Spinne ist hinter mir her ich kämpfe gegen Level 8 Wolf bin ich denn richtig oh nein scheiße die Spinne ist immer noch hinter mir her verpiss dich mal die Spinne die Spinne sind auch nicht mehr das was die mal waren na was labert ihr da gerade über mich nein nicht dass ich da gehe mit also ich bin ich mach mal schnell ich bin ich nehme mal schnell meine eine auf meine einen Auftrag ähm da gleich bin ich da bei dem O bei dem zweiten O von Chewood ist es da oben drauf glaube ich da ist doch so eine Farm ooh ich bin auf Old Baumanns Farm und hier sind Blackwoods okay Blackwoods sind eigentlich ziemlich schwach okay sie ziehen mir schon ein paar Leben ab aber nicht genug ich bin trotzdem zu stark ha 30 XP kriege ich für einen und sogar ein paar Moneten um und ich bin ich bin ich es nicht in Mittelstück für heute die Titel bei der ganzen Sache ist ziemlich schnell zusammen ich bin ein былиmer jane schon kollekt sehr ließ jane die haben wir von dem old bowman gekriegt haben old bowman ja ich hab's dann warte mal wo bist du da grad ob man ein kleck wurde das super wie so level 9 komm einfach wo ich bin auf der karte ich kämpfe gegen jemand ziemlich starken der bekanntschaft mit meinem dolch machen ja wie die ich habe meine neue saubern und tot ok konsumiert dann ist hier ist so eine Farm so ein gezahlt da musst du so ein Typen töten immerhin ganz gut er hat eine komische jellies jane dabei ich hab grad so ein Problem gegen den richtigen Wölf Wölf wohl ich dachte schon wohl geschafft und die die grünen Ege und ich bin der Grüne auf der Karte als dass er aber da kann auch mal gucken was wir denn gerade so alles anhaben hier war durch kann auch ein anderes Outfit hier ein anderes Outfit das ziemlich scheiß aus wie ich bin nicht nein 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 hm scheiße, er ist so ein Blackwood hm äh ja viele Blackwood's hm 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 nicht in umnieten kannst du ja komm jetzt zu mir Flo oh da war ich noch nie ah hier gibt es eine riesige Stadt ich bin nicht Orkos ist da aber bleibt immer noch schneller bei Jürgen Ohr Flo hier ist eine riesige Stadt du ist das cool ich werde angegriffen von einem Level 8 Wolf komm einfach zu mir ich bin hier oben ja ich bin bei dir spring halt nicht runter so wo muss ich hin so du musst jetzt in diese Farm rein da stehen ein paar Blackwoods drin ich hab jetzt den Wolf am Hals und ich mach ihn sofort platt muss ich die beide töten ja und dann kannst du und dann musst du die untersuchen und einer von denen hat dann dieses Jedi hier und das sind aber hier irgendwie drei ja drei dann tötet er halt drei und einer von denen hat dann dieses komische dingstens dabei Scheiße ich will nie über viel Leben töte den halt man renn weg renn weg renn weg der töte dich sonst komm das ist ein ganz normaler Blackwood der verliert aber Juli lass es bitte ja ich hab's hast du diese komische Teilen nur noch collect Filbert's Handcash irgendwas und collect the Blackwood Lockbook okay also collect dieses Henna bla 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 teilen da würde ich dir empfehlen Filbert's Handcash willst du es ganz sicher machen weil ich bin da gestorben als wir das gemacht haben da kommt nämlich ein Level 15 Waag und will ich töten muss man dann bin zu viert auf den eingeprügelt und der ist nicht gestorben also da musst du aufpassen bei welcher bei diesem collect Filbert's Handcash genau okay machen wir's komm äh ich will aber keine XP verlieren ich will jetzt erstmal Level up du kannst da du musst einfach nur den Blackwood Sargent töten ne gell Flo ja und dann musst du den untersuchen und da ist dann irgendwo dieses Handcash drin und ich lauf jetzt mal schnell zurück äh zu diesem zu dem zu dieser Blackwood Lockout ist da was um so ein Lockout also ich lauf jetzt mal schnell zurück zu der Stadt da weil ich muss noch ein paar Missionen abgeben oh ja das mach ich auch erstmal das reicht eigentlich gar nicht so wer schreit denn da so oh scheiße ah minus 28 18 irgendwas beschießt mich mit dem Bogen und zieht mir minus 28 ab Blackwood Blackwood Bowman und Blackwood Rider und Wulba ich folge dir einfach mal gehen du läufst in die Stadt oder ja keine Ahnung was ist da ich laufe nach Arche oder laufe nach Arche ne ich laufe nach Klumbe oder so ähnlich fuck nein verdammt oh die Chatwurz beides an mir dran Level 11 oh nicht so oh scheiße ah okay richtig scheiße ey wo bin ich denn jetzt hingelaufen noch eine okay fast da wieder in der Welt also renn Flori würde ich dir raten wenn du nicht sterben willst ich hab so Angst Juli tja oh endlich wieder in der Stadt boah äh du und Stadt noch lange nicht ich brauche jetzt erstmal ganz schnell einen Guard irgendwo der mir die Spinnen vom Hals ballert wo läufst du hin Juli ich bin dir gefreut du Held ja ich bin hier wo ich meine Mission abgeben kann welche Mission ich hab noch einen blöden Wolf am Hals den ich mal schnell platt machen werde welche Mission die Mission die ich gerade abgeschlossen habe oh ich kann meine Special Ability benutzen oh ui zack und tot hi Juli hab sogar 16 XP bekommen äh okay also how do you do finish now äh äh ich kann keine Ahnung was das sein soll aber ich nehme Ohr 302 XP habe ich bekommen weil ich die Mission beendet hab ist das die sagt Taylor Cree ah ich muss noch hier mit der da reden da hab ich doch auch was hab ich doch diesen komischen Hand diesen Silla Silla oder wie es heißt da wow wow to me wow to what oh der kann singen ich muss auch oh ich hab noch mal 302 XP bekommen ich muss zu old stingsdoms old don't spiderbane oder so ähnlich nö old baumann äh da muss ich irgendwie in diese Festung von dem was ist das okay Florie willst du mich auf meiner tödlichen Mission in die Festung der Blackwoods begleiten ne da war ich schon wie da warst du schon du musst du was holen gell ja ich muss mit jemandem reden willst du mich begleiten auf der tödlichen Mission oh du bist okay ich lauf dann ohne dich jetzt warte halt oh schau dir mal diese Tussi an oder so der Level 12 der hat eine richtig coole Armbrust also das heißt du willst mitkommen auf das Selbstmordkommando hey ich bin jetzt auch Level 9 oh ja bist du aufgestiegen dann hast du neue Fähigkeiten zum Kaufen wenn wir mal wieder in Lande kommen ich renne einfach an den Wölfen vorbei ich hab nämlich keine Lust gegen die zu kämpfen du kannst dann durch die durchlaufen und dann greifen sie dich an dann hast du die am Hals ist mir egal ich folge dir doch nicht ich mach schon meine eigene Mission ja ja macht das ruhig oh ah was ist das da ich muss ja noch diese Lockbox da ähm machen hier ist sowas woraus die diese komischen Münzen machen ich hab jetzt drei Wölfe hinter mir stolz ich hab einen vier zwei zwei oh scheiße Flori der rennt eine Armee hinter mir her geil hilf mir geht nicht Dödel bitte wir kommen gleich wieder zusammen oh fuck hier sind grad zwei Blackwoods sind die immer noch hinter mir her okay drei sind ja zwei ich hab nur noch einen hinter mir her Scheiße und der Wolf treibt mich von hinten an Scheiße und der Wolf treibt mich von hinten an Scheiße und der Wolf treibt mich von hinten an Scheiße und der Wolf treibt mich von hinten an Scheiße und der Wolf treibt mich von hinten an Untertitelung des ZDF, 2020